FUNERAL PRODUKTS Seit vielen Jahren ist FUNERAL PRODUKTS für seine hohe Qualität sowie das breite Produkt- und Systemsortiment bekannt. Das Ziel ist, dass die Angehörigen ihre Lieben auf eine möglichst integrale Art und Weise in Erinnerung halten können. Daher beobachtet FP sorgfältig die Trends und hört gut zu, wie sich die Wünsche der Menschen ändern. Das wird in innovative Ideen, Prozesse, Produkte und intelligente Lösungen umgesetzt und aus diesem Grund ändern sich diese regelmäßig. Auf einer detaillierten Ebene trifft FP bewusste Entscheidungen in Bezug auf seine Partner, den Ursprung der verwendeten Materialien und bekannte Künstler. Und das erklärt, warum FPs Methode, Geschäfte zu betreiben, die beste Qualität und Integrität für seine Produkte gewährleistet. Und immer noch ist FP davon überzeugt, dass die Geschäftspläne noch weiter ausgebaut werden können. Aus diesem Grund befasst FP sich ausführlich mit dem Ursprung seiner Produkte und Materialien – weltweit. FP strebt auch danach, dass seine Geschäftspartner auf möglichst verantwortungsbewusste Art und Weise produzieren und dass deren Mitarbeiter möglichst sozial verantwortlich und sicher arbeiten können. Daher besucht FP regelmäßig seine ausländischen Partner und Werkstätten, um sich davon zu überzeugen, dass die Vereinbarungen eingehalten werden. Integrität – von der Produktion bis hin zum Vertrieb. Das soziale Bewusstsein, das FP im Laufe der Jahre entwickelt hat, ist inzwischen Bestandteil der Unternehmens-DNA geworden und beeinflusst alle im Unternehmen getroffenen Entscheidungen. Das führt zum Sponsorn und Fördern verschiedener Stiftungen und Initiativen. Gut füreinander da sein, weil wir füreinander sorgen. Das ist FP's Motto. Die Erinnerung lebendig halten.